Okay, da bin ich wieder da und die Lösung ist eigentlich ziemlich einfach, aber da werde ich so schnell nicht drauf kommen. Wir müssen erstmal bitte nach unten und diesen Splitter da unten, den müssen wir ein bisschen verschieben. Äh, bin ich jetzt? Ach da. Und zwar, dass er diese eine Tür da hinten nicht mehr anleuchtet. Na? So. Und jetzt können wir das Teil da hinten holen. Angeblich. Ach so, wir müssen natürlich hier wieder das Teil hier anleuchten. Das erste. So, und jetzt müsste die Tür offen sein. Ja. Wunderbar. So. Okay, und den müssen wir jetzt oben, ah, da vorne hinstellen. Bei dem Laser. So. Einmal so direkt davor. Und jetzt können wir hier nach oben lasern. Und jetzt können wir das Teil da oben nehmen. So. Einmal Leiter. Klettern. Dankeschön. So. Sprinten. Ja. Da glaube ich, hätte ich jetzt sicherlich noch eine Viertelstunde oder so rum gebraucht, bis ich das herausgefunden hätte. So. Mini-Roboter. Einmal da rein. Er muss jetzt aus dem Weg hier. Und kann jetzt hier raus. So, komm. Abstellen. Dankeschön. So. Mit dem gehen wir jetzt hier runter. Wie bringe ich dich am besten runter? So. Okay. Und den stellen wir jetzt mal hier hin. So. Und jetzt. Nice. Rosa Laverde. Und wieder ein Rätsel. Natürlich. Oh, es braucht nicht viel. Okay. Na. Komm jetzt. Komm, 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 komm. Yes. Isaac. Isaac. Willst du im Panopticon mitbegter? Isaac. Wieder antworten. Isaac. Bist du noch am Leben? Das war dich. Alles nicht. Make heart. Hast du. Habitest. Aktivieren. Isaac. Finden wir jetzt die Leiche da drin? 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 Mitnehmen? Finden wir jetzt die Leiche da drin? Finden wir jetzt die Leiche da drin? Okay Okay Und jetzt? Äh Geht jetzt gleich irgendwas gigantisches echt schief? Oh, was zum... How? Sitzen wir jetzt fest? Was hast du getan? Ich... Ich... Wir haben doch gar nichts getan? Ich... Das war das Absicht Was? Sarah, stopp! Kommen wir nie vom Planeten? Sarah, halt! Stopp! Sarah, was soll denn das? Sarah, hör auf! Wir sitzen hier fest! Zusammen! Verstehst du das nicht? Verstehst du das nicht? Ah! Ah! Schon okay! Ähm... Also... Wir sind unschuldig? Ja, geil. Zutritt auf dem Riesending. Und es wird vermutlich keiner mehr kommen. Weil sie die Ressourcen nicht haben. Ja, geil. Ja, geil. Ich weiß. Ist sie okay? Ja. Wird schon werden. Sie braucht nur ein bisschen Zeit. Ein großes bisschen. Ja. Und auch die Depressiva und dann braucht sie noch was zum Essen. Also. Also. Was jetzt? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir die MPT-Schüssel noch anschließen können? Eher unwahrscheinlich. Also. Besteht noch die Chance? Naja. Nur wenn die Schüssel beim Aufprallen nichts abbekommen hat. Und selbst wenn das der Fall wäre, bräuchten wir freie Sicht auf sie von Habitas. Und ich müsste die Transformatoren und Wandler prüfen und hoffe, dass sie intakt sind. Und ich muss einfach bei Sarah bleiben. Doch ich richte mich von hier aus nach dir. Okay. Okay, also jetzt zu dem Raktor hin. Ja, das wird ja spannend. Und Optikon. Das war ja das, wo sie gemeint haben, dass wir da nicht reinkommen. Harte Zeiten. Okay. Jetzt wird ja kein Schnee. Alles klar. Aber schön ist, dass das Spiel ein bisschen abwechslungsreich ist. Dass man nicht immer das gleiche macht. Ich frage mich aber, den Wober auch irgendwie kaputt machen kann. Oh. Also wenn du jetzt, dass du gerade aus dem Weltall gekommen bist, schaust du nur überrascht und gut aus. Oh, Jobaction. Ja, ich frage mich. Ja. 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 Dann würde ich sagen, anhalten. Ja. Ja. Das sieht jetzt gar nicht mehr so schlimm aus. Ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet. Ja. 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 Das ist uns nicht bewusst. Aber wenn das hier doch noch irgendwie klappen sollte mit dem Arsch. Aber ich kann mir da garantiert noch Sachen hier rausholen. Andererseits Erde retten mit der anderen Arche Wir haben gesehen, dass die Sachen hier mutiert sind Was ja nicht so geil war Oh, es hat noch Strom Mit R-Lampe Oh man, das hätte ich Vorher mal gebraucht Na Okay Yay, klettern Mal wieder Okay Äh, achso Nein Nice Oh, ein bisschen drunter Ich glaube, ich wäre doch eigentlich ein Aufzug, oder? Hm Ach da, Soßschneiden Okay Wo willst du, dass ich schneide? Da so lang, oder wie? Ach nee, da Ach mein Gott Einmal genau hinschauen Ah, drüberjumpen, oder? Ah, und hier seitlich klettern Alles klar Ähm Sauerstoff könnte ein Problem werden Oh, oh No, 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 no Du trennst dich jetzt bitte nicht Mach's jetzt kein Blödsinn hier Oh, sehr gut Oh, sehr gut Und Technik, die noch funktioniert Noch Ob sie Noch funktioniert? Na Toll Ähm Okay, wir brauchen drei Power Der hat vier Power Ähm Ach so Scheiße Ich häng fest Machen wir das hintere Teil da mal an Na, komm mit Der hat vier Der da hinten hat Auch vier Wir haben noch so einen Reduzierer Wo muss jetzt hier was hin? Der braucht drei Hm Vielleicht Ich werde mal Hm Ich werde mal den hier anleuchten So Und einer darauf Na Und den anderen Keine Ahnung Irgendwie mal hier hin Na, komm Lass mich jetzt da rauf Äh Ne, da muss ich irgendwie weiter rauf Glaub ich Komm Lass mich da wieder rauf Wie komm ich da oben hin? Mit dem Teil da Super Wie kriege ich dich da jetzt rauf? Das gibt's auch nicht Soll ich Knutschkugel Muss ich das mit dir machen? Hä? Warum kann ich's nicht? Come on Wie krieg ich dich da rauf? Oder sollst du wirklich hier stehen? Aber dann Weiß ich nicht Wie ich da die Strahlen Hier hinkrieg Okay 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 Da haben wir jetzt mal eins Der C-Strahl Das läuft so aber nicht ganz Komm Lass mich Geh weg da R-Strahl Ja Ja, es leuchtet halt nur einer von denen Ja, Strahlen Äh Naja, er kriegt sich mir nicht hin Ist blockiert So Meine Knutschkugel Ähm Lass mal ganz kurz Ja, ich glaub Der muss hier stehen Kannst du den da irgendwie nach da oben bewegen? F aufheben Ah Mit der Knutschkugel geht's Ah Der hat sich ja schon richtig ausgelichtet Ah Sehr gut So, Kollege Ja, R-Strahl Da ist alles klar Auf zum nächsten Äh Wer fehlt jetzt? Was brauch ich dich? Wo musst du hin? Hier auf der Seite noch? Oh, shit Ähm Ah Moment Panik Na Es ist blockiert Warum zeigst du eigentlich du jetzt nicht mehr auf das andere? Ja Ja, ich brauche nochmal so einen Verteilerkasten Leute Ah Moment Ah Ich hasch ne ID Knutschkugel Komm mal her Nimmst du mal den da Bringst du den mal nach da oben Äh Hier so Oder Hier so Nee Ich dachte du würdest dich mal wieder automatisch ausrichten Hier Oh Hm Das mit dem Ausrichten klappt irgendwie nicht Vielleicht direkt darauf? Nee Hm 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 Und er leuchtet jetzt da drauf Du jetzt nach da oben Wie kommen jetzt wir nach da oben? Was? Schneiden? Was kann ich denn da schneiden? Ach da Ja Das funktioniert ja mal sehr gut mit dem Schneiden Äh Wie kriege ich das weg? Schau mal bitte für mich Ah Es fehlt nicht mehr viel Okay Okay Und jetzt kann ich hier rauf Sehr gut So Strahlen Einer dahin Und der C-Strahl dahin Ach und die haben jetzt beide zu viel Power So Komm her So Komm her Oder? Ah Jetzt haben wir aber das Problem Dass wir da in der Mitte jetzt keinen Strahl haben Hm Ähm Problem Die sind jetzt glücklich Der da hinten ist auch glücklich Oder? Nee Die sind jetzt nicht mehr glücklich Da ist zu viel Saft Ey warum ist das zu viel? Achso ja Aber der eine natürlich jetzt hier fehlt Der eine Strahl der was nach da hinten weggegangen ist Hm Das wird sich auch nicht ändern Wenn ich hier die Sachen ändere Wie kriege ich da nochmal so einen Strahl in die Mitte reiten? Hm Ich muss nochmal Dr. Google fragen Bis gleich Okay Da bin ich schon wieder Eigentlich habe ich die Lösung schon Ähm Aber es gibt irgendwie irgendwo noch so einen dritten Splitter Ohne den geht es nicht Aber der Frage ist Wo ist der dritte Splitter? Hier kann ich ja Hm Da wäre ein Hologramm drin Gibt es Äh So ein Loch wo die Knutschkugel reinkommt Ah Moment einmal Ich glaube ich habe da Ich habe sie gerade gesehen Ne oder auch nicht Ich dachte hier oben steht er Dritter Splitter Wo ist hier ein dritter Splitter? Oh Ich sehe nur zwei Hier war ja nichts mehr Oder? Äh Da kann ich ja auch nichts aufschneiden Dritter Splitter Wo bist du? Da kann ich auch nichts machen Hä? Ey Knutschkugel Kannst du da oben rein? Äh Okay Ich glaube Das sollte nicht passieren Guck mal Uh Da drinnen Da Wow Ich habe die ganze Zeit hingeschaut Und habe ihn nicht gesehen Komm Ich werde jetzt mal hin da Aber komm Hinstellen Hinstellen habe ich gesagt So Ähm Dann müssen wir das hier mal ein bisschen anders machen Du da Moment mal Falsche Seite Du bist doch da vorne So Du scheinst jetzt mal den hier an Einmal da hin Und den anderen Ja Okay Ah Von der Position her Ein bisschen ungünstig Ja Okay Ach Da muss der doch auf die Hinterseite hin Oh Ist jetzt gut Genau so Jetzt können wir den Archie-MPT mit Habitus verbinden Müsste über uns sein Echt? Sind wir jetzt fertig? Da ist alles mit Power Mal nachschauen Nee Die haben jetzt eins zu wenig Achso Warte mal Ist jetzt okay? So Mal nachschauen Ja Ja und jetzt? Ist jetzt die Tür da hinten offen? Oh ja Wieder ein Hologramm Dechiffrieren Na komm Nice Oh man Was fehlt dir? Ah so Okay Die Ja Sir Aktivieren Sie sofort das Sicherheitsprotokoll Der MPT-Verbindung Ich Verstehe nicht Die Homeworlds-Aufständischen Wollen die Kolonie an sich reißen Deaktivieren Sie Arche Lavos Und die MPT-Software braucht ein Genehmigungsprotokoll Sir? Und falls jemand versucht Die MPT-Verbindung zu Habitus Ohne meine Genehmigung neu zu starten Dann übertakten Sie sofort die Schubdüsen Dann Brennen Sie durch Und Labos treibt weg Und es löst vielleicht eine Kettenreaktion zum Rumpfteil aus Und zerstört das ganze Schiff Tun Sie's Stellen Sie die Genehmigungskondition auf eine Schlüsselstufe Argus Verstanden? Ja Sir Okay Dann wissen wir ja warum der ganze Scheiß passiert ist So ein Arschloch Ich weiß warum die Arche abgestürzt ist Als der Aufstand in Habitus ausbrach Hat MacArthur der MPT-Verbindung ein Notausprotokoll zugefügt Dieselbe MPT-Verbindung die wir fast für Labos gestartet hätten Ja Wenn man ohne seinen Ratscode die Verbindung startet Brennen die Schubdüsen durch Das hat Labos zerstört Wie komme ich denn jetzt eigentlich auf die andere Seite? Hä? Sollte denn das gehen? Ah So soll es gehen Okay Alles klar Echt? Oh echt jetzt? Nein Das war doch eh alles Super weich da Oh runter Seriously Da machen wir es halt auf den Weg Weil es jetzt ja auch so ein mega Fall gewesen wäre Äh und jetzt? Oh Ähm Bist du dir sicher, dass du da lang gehen willst? Äh ja Ich hab Beide Tasten gedrückt Und sie hat nichts gemacht Hä? Hat nicht gereicht Nein Okay Im letzten Drücker Also das mache ich kein zweites Mal Besser sieht es nicht gerade aus Äh Ähm Fuck Oh fuck Okay Da verschwinden einfach Teile Warum bist du überhaupt hier rausgegangen? Ja Ja Okay Ja Ich geb ja schon Gas Äh Adrenalin Komm Komm schneller 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 Komm Rein mit dir Puh Also Aber wie praktisch Dass wir so gelandet sind Dass wir hier Sicht haben Okay Gehen wir hier rauf Aber schon wieder ganz verpeilt Was genau das Ding da nochmal macht Und warum wir das zum Start brauchen Oh schon wieder klettern Ja ist ja klar Okay Weil ich dachte Im Moment das funktioniert Okay Einmal so nach rechts oben bitte Oh man muss jetzt den ganzen Weg da nach rechts gehen Nein 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 Ah Harte Zeiten Wohl wahr Das ganze nochmal Aber sieht schon geil aus Das Wrack da Ja komm Hör mal so hin Sehr nice So Bisschen nach oben Es ist noch weit Okay Wir müssen da oben Rauf Okay Ich darf den Rhythmus Einfach nicht Nicht vertauschen Weil sonst fliege ich wieder Komm runter Bloß jetzt nicht glitschen Ich will das nicht nochmal machen So Schön vorsichtig So Komm Rüber da Und jetzt nach oben Du schaffst es Das Schöne ist Du darfst den ganzen Weg Dann mit der Retour gehen Wo geht es Achso Hier zu rein Links Gehen wir mal da lang Na Wo Äh Was Achso Hey Wie waren wir schon mal Kommt mir bekannt vor Sieht eigentlich nur überraschend gut aus Für so ein Absturz Tja Wir müssen hoch und die Trümmer per Hand von den Verbindungsstücken entfernen Okay Das heißt Wir müssen wohin Dahin Äh Okay Das sieht jetzt Basic aus Von diesen ganzen Hitzeschildern hier Äh Von welchen Ah Okay Alles klar Ich sehe Was wir hier tun Und wie kriege ich das jetzt hier weg Und das wird ja jetzt okay sein Aber Hä Was muss ich da schneiden Oder muss ich da rein Ah I see Das mache ich aber natürlich nicht Wenn ich Da auf den Dingern drauf bin Okay Okay War es das Oh Da zuht sich was Na Gott sei Dank Haben wir da noch so viel Saft Für sowas So Es ist soweit Verbinden wir die Schüssel wieder Aila Wenn das nicht klappt Naja Kommen wir halt nie ins Panopticon Oder heim Ah Wie komme ich denn da jetzt wieder rein Sie kann hier irgendwann nicht hochspringen Muss ich jetzt über das Teil da vorne laufen Ah Und jetzt da reinjumpen Nein Ah Mann Gibt es da noch einen zweiten Eingang Ah Da hinten vielleicht Ah Ah ja Hier Ja Liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel Findet ihr hier In dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload Hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr Bis denn dann Euer Braubucher Bis zum nächsten Mal Tschö 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 Bis zum nächsten Mal Tschö 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 Tschö